Moon Prison Power! Make up! Wolltet ihr schon immer die Sprecherin von Sailor Moon kennenlernen? Dann kommt zur Leipziger Buchmesse und erhebt ein Wochenende voller Sailor Moon Programms. Weitere Informationen zum Sailor Moon Programm der Buchmesse? Findet ihr unter www.sailormundschermen.com Und wenn ihr das verpasst, werde ich euch im Namen des Mondes bestrafen! PS, bitte unterstützt uns, damit wir, das Sailor Moon Sherman Team, ein Sailor Moon Kabinett auf der Leipziger Buchmesse organisieren können. Weitere Informationen unter www.startnext.de Splash Sailor Moon Kabinett Wir zählen auf euch!